Musik Der höchste Knoten, den ich euch zeige, das ist der Handschein-Knoten. Der Handschein-Knoten heißt nicht umsonst so, es ist ein Fessel-Knoten, der relativ einfach geht und schnell geht, das zeige ich euch hier mal. Und ob das sei, und jetzt überkreuzt ihr die Hände, führt einmal so das zurück, seht ihr das? Dann werden einfach nur noch die Hände getaucht. Und das war's. So hat man dann Handschellen. Man kann das wieder zuziehen oder aufziehen und es ist nicht so stark. Ich wiederhole das nochmal. Hände überkreuzen, so wegziehen, dass die beiden Enden auf der anderen Seite sind. Dann die eine Hand, das ist eine aus der anderen Seite und die andere aus der anderen Seite. Ganz einfach. Dann nochmal aus einer anderen Perspektive. Überkreuzen. Ich wiederhole das nochmal. Hände überkreuzen, Seil festhalten, ranziehen. Dann die Enden tauschen und hier durch. Handschellen. Hände überreisen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal.